was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es mit pascalo unterstrich 7 und eminfilms schrägstrich monkeyfilms.de zusammen shooten pascal hat einen job für instagram post bekommen und ich soll irgendwie helfen irgendwie so was auch immer naja ich gehe jetzt erstmal den emin abholen und dann treffen uns auch gleich schon fahren irgendwohin ich kenne noch nicht mal die location aber egal bis gleich was geht ab leute jetzt sind wir hier bei eminfilms was geht ab eminfilms am start leute ich würde gern mit emin youtube channel starten und versuchte die ganze zeit schon zu überreden ich wäre auch ein streich dabei aber warum sagt er immer eigentlich eigentlich weil viel zu tun ist aber ich hätte schon bock ich hätte auch nur bock das zu machen so irgendwie ja leute ich bin also macht euch gefasst ich überrede noch ein bisschen und dann starten wir youtube ja wir warten jetzt auf den pascal und dann wird der uns sagen wo es hingeht ja in der pascal was gesagt youtube heute neuer vlog mit daniel da ja richards der ist gerade sachen am packen mit dem emin wir machen uns jetzt auf jeden fall auf dem weg weil wir noch ein kleines video drehen müssen für instagram für mich und da sind die beiden netten herren so freundlich und unterstützen mich da helfen mir da und ja dann geht's los leute kurze stärkung an tank holen warte ihr so scheiß mucke jahren eminfilms auch am start absolute overkill an equipment für eine insta story noch nicht mal für einen post nur für die story alles für die story so leute wir sehen jetzt hier eine location da hinten drin wenn wir die story produzieren wir bereiten uns jetzt mal ein bisschen vor red bull trinken und hier ist das ganze equipment drin und der rest bei mir am rücken wir bauen so langsam auf überlegen was wir machen wollen und dann menschen Da ist ein Stein auf Straße. Dann machen wir noch ein paar Breakdance. Genau dasselbe. Wir stellen euch kurz hier hin und nehmen euch gleich wieder mit. Die letzten Aufnahmen gehen jetzt in den Kasten rein. Richtig krank, was man eigentlich für den Aufwand macht. Nur wegen Instagram-Stories. Wir haben sogar noch eine Drohne mit. Gucken ob wir damit gleich auch noch was machen. Wir gucken den Monkey Films jetzt mal ein bisschen über die Schultern. Noch ein bisschen mehr. Drei, zwei, eins. Was geht ab Leute? Wir sind fertig mit dem Instagram-Story-Dreh. Werbe-Film. Werbe-Film-Clip. Story-Insta. Hat auch gar nicht lange gedauert. Nur 3 Stunden oder so. Ist das? Stimmt, oder? Alles für die Insta-Story. Ah ja, ich steig da ein. Ist voll cool. Für 15 Sekunden einfach so 2-3 Stunden. Wir fahren jetzt zurück nach Refrath, ne? Yes. Okay Leute, wir fahren zurück nach Refrath. Ich hoffe der kleine Einblick in das Leben eines Influencers. Hat euch gefallen. Ist schon krass, dass man sich so einen Aufwand macht. Für so ein 15 Sekunden Video. Ja Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Wir verabschieden uns. E-Wing Films da hinten am Start. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace out.